was soll ich heute machen ja ich glaube es ist zeit oder sex ist ich glaube wir wissen was sie machen werden wir erstmal schauen ob wir alles dabei haben eine sekunde wir haben blumen dabei sieben stück wir haben fruchtwein dabei ist schon mal sehr gut und wir haben das wichtigste auch dabei und zwar unsere karte gewährten eintritt ins freien haus da gehen wir jetzt auch hin warten mal dass es abends wird nicken einmal schön ein hier und wir nicht so lange warten müssen ich glaube wenn die potter xavi und sex ist ihr bleibt lieber hier die halt sorry ja ich will dass ihr hier bleibt da habt ihr nichts zu suchen mein lieben so ich glaube das ist das hier freundenhaus ja genau müssen wir einmal durch jawohl gleich da mal gespannt was uns erwartet also ich hoffe dass wir diese lady mime mehr 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 keine ahnung wie heißt dass wir die endlich dort mal finden ich will sie heiraten ich habe es ganz am anfang des spiels gesagt ich glaube zur folge vier oder fünf ich weiß nicht mehr ich habe gesagt ich heirate sie ist mein ziel was geht ab wer bist du für ein kombi ja okay man kann die alle ansprechen ich suche nur meine lady wo ist sie ich glaube man muss öfter hier geld bezahlen damit man oben die stockwerke freischalten kann das so hieß es doch am anfang wir haben was kaputt gemacht was haben wir hier oh luxus superbett mit dem balkon die raucher unter uns hier geht es auch noch weiter wir gehen uns mal um wow riesig wir sind raus wie die leute die ganz geheim dahin gehen möchten was ist das für ein sal wer bist du das geht dich nichts an was tust du hier was tust du hier komm ich komm mit dir nicht dass ich gefangen genommen werde was ist das für ein saal bitte hier war ich doch schon oder ja ach das war jetzt verstehe ich das war doch dieser geheimeingang wir sind doch im ballsaal ja 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 hab ich den erwischt wieder hier ganz ja oh jetzt verstehe ich mich so dass hier einen geheimeingang gibt jetzt verstehe ich oh okay das gerechtfertigt einen selbstmord nicht aber egal oh mein gott ich bin bescheuert alter 30 steine erhalten einfach 10k gemacht oh mein gott wie kann man so bescheuert sein einfach so viel glück haben so wie komme ich hier jetzt hoch aber ich glaube diesen reisestein brauchen wir auch direkt damit wir hier rauskommen komm ich hier weg sag mal wie ich hier wegkomme alter schwede wie seid ihr hergekommen achso hier nice ich habe gesagt bleib weg halt es gibt in den 10 okay wir gehen wieder rein bleib draußen wer seid hier hey nein 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 ich suche unsere lady oh verordnete stille sind eins der bücher die wir gebraucht hatten weiß es nicht keine ahnung ich glaube ich finde diese lady hier nicht und das ist so ein geheimeingang schaut euch das mal an ist hier drin hier geht es raus von hier sind wir aber nicht gekommen mit verschiedenen Ein- und Ausgänger wie die Leute ganz geheim ran und raus gehen können wahrscheinlich ja ist auch die Taktik dahinter seid mir ehrlich ist es nicht so geht es zum Flurbereich oder jetzt sind wir wieder im Haupteingang also die lady irgendwas hat gesagt dass es oben einen exklusiven Bereich gibt sein möchte ich die ganze Zeit ich finde das nicht und sie hat gemeint dass man sie dort finden kann hi naja und jetzt hier nochmal um mal der Würdenträger also wenn ich dich nicht finde dann werde ich ganz traurig oh hier ist ein Riesenraum sieht aus wie Luxus da ist sie doch was ist das kann man mit dir nicht mehr reden ich bin aber in love with you kann ich dir nichts schenken willkommen willkommen okay ich kann mit dir nicht reden verdammt ich dachte ich kann dir was schenken nein Ufi was machst du ja ich bin traurig ja aber ich will keinen Selbstmut begehen das ist deswegen kann ich wieder hochkommen verdammt ich bin am Arsch oh mein Gott das hat mich halt traurig gemacht dass sie mich abgelehnt hat naja dann was soll ich sagen dann müssen wir halt eine ähnliche Frau suchen siehst du so aus wie sie gar nicht und du ja kommt hin aber immer noch nicht sie hat gemeint man muss viel Geld ausgeben damit man irgendwie eine Platenkarte oder so bekommt das Problem ist ich habe nur 20.000 ich könnte sie aber mal probieren ich werde mal starten Geld auszugeben wer bist du ja hey krass was warst du los mit mir ist doch schon ein Mann rein ich setze mich auch zu dir hin okay kann ich nicht ich kann mich ich kann mich nicht hinsetzen guck mal die liegen sich schlafen was ist mit ihr los warst du gerade Motorrad fahren oder hallo ich will mit dir reden kann ich mit ihr reden verdammt wenn sie pennt dann pennt sie ja ich bin's hallo ich hatte das man sich gar nicht hinlegen kann in anderen Spielen geht das hier geht das gar nicht ne ich fällt mir gerade ein naja sie hat sich schlafen gelegt ist das wie sind's die Lady nein das kann ich nicht unterstützen sorry alter nix gemacht die mögen mich hier nicht Leute ich bin total enttäuscht ich habe was ganz anderes erwartet ich habe gedacht ich kann meine Lady erobern mit Blumen steuzen und jetzt muss ich hier fremd gehen was passiert hier bekommen wir einen Buff oder so und tschüssi die haben gekuschelt Leute die kuscheln nur in Japan ist es normal man bezahlt da immer für kuscheln oder gestreichelt werden und so langsam auch das wird sich auch bei uns etablieren glaubt mir das bezahlen wir auch zum kuscheln ok habe ich jetzt irgendwas bekommen ok wir haben Buff erhalten und so aber sonst nichts das ist ja richtig billig also ich muss mal glaube ich mit 200.000 oder so kommen oder mit 2 Mille damit ich die Aufmerksamkeit von meiner Liebsten hier warte ich versuche es nochmal mit dir zu reden dann ist die eifersüchtig geworden wo weißt du das ok ich bin total enttäuscht mein Herz mein Herz ist broken so das Bild so hier gebrochen im Herzen tschüss sage ich dazu bis demnächst